In Arena 2 gewinnt Mikola gegen Mary 20 zu 4. Muffin fertig! 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 Wauw, wuhu! In dem Kampf hat jetzt tatsächlich Denise gewonnen. Echt krass. Denise gewinnt 12 zu 5. Also ich bin begeistert. Jetzt hat Denise echt den Typen platt gemacht. Ich glaube, 12 zu 16 hat es gestanden. Nicht schlecht. Ich bin begeistert.